So Leute, ich bin wieder da. Ihr seht, es sind fast wieder 3000 V-Bucks, also ein bisschen was kommt dabei. 100 kommen, also 150 kommen halt definitiv wieder dazu aus Rette die Welt. Mal gucken, was ich mir den ganzen V-Bucks noch so anstelle. Und in dem Sinne, hoffentlich sehen wir den einen oder anderen im Livestream. Denkt dran, holt euch immer schön eure V-Bucks ab, wenn ihr Rette die Welt habt. Ich weiß, es hat nicht jeder, aber einige. Ich hätte nur gern von einem Tag die V-Bucks, wo die Leute sich nicht eingeloggt hätten. Da wäre ich schon zufrieden. Also in dem Sinne, würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum Livestream. Wie gesagt, Videolink ist in der Videobeschreibung, beziehungsweise zum Livestream. Ansonsten einfach auf Twitch gehen, Kart86 und in dem Sinne, bis gleich.